Mülleimer brennen, Schaufenster bersten, Einbruch in eine Bäckerei, Ausnahmezustand in Duisburg-Hochheide. Duisburg! Polizei greift ein, wird von einigem der und einem der Jugendlichen mit Gegenständen beworfen. Ich mach' Messerattacke bei deinen Kindern! Welche Ehren wollen wir denn hier reden, von welchem Schlagzeug wir denn hier reden? Also wurde ich jetzt gezwungen bei dem Battle mitzumachen, ey, sie sag'n raus, zwei Köpfchen, um die Faggots wegzuklatschen, ey, jetzt mach' ich bei dem Battle mit, obwohl ich keine Lust hab' und wollen sie mich ficken, werd' ich sie mit einem Schuss jagen? Gar kein Problem, ich zerfetze die Faggots, mehrere Qualis, aber gar keine Messages, werde näher genommen und rappe ans Kreuz, genagelt, wenn ich in das Battle steppe, herrschte ganz große Panik, Alter, gib' mal den Joint 9, gib' mal die Bong her, zieh' am Joint 9, rauche die Bong leer, in meinem Kopf sind so komische Wellen, guck' mal, da fängt ein Ochse an zu bellen, ey, die richtige Zeit, noch nen Kopf zu nehmen, alles fängt sich an zu drehen, ich seh' die Scheiße, die gar keiner seh'n, die Leute sagen, du siehst komisch aus, doch das Problem mit den Augen, das kommt von dem Kraut, die Leute gucken mit so komischen Blicken, doch das hindert mich nicht dran, diesen Doobie zu killen, denn meine Punches treffen wie ne wertbare Fauste und wenn ich will, packst du deine Wertsachen aus, die Leute gucken mit so komischen Blicken, doch das hindert mich nicht dran, diesen Doobie zu killen, denn meine Punches treffen wie ne wertbare Fauste und wenn ich will, packst du deine Wertsachen aus.